Ich hab dich. Ah, natürlich. Die holten wir jetzt wahrscheinlich die Leiterin oder was? Passt ja auch, dass er keiner ist, man. Schön, dass wir ein Beilhaber haben. Okay. Verdammt, der Leiter ist hin. Und jetzt? Ich überlege mir was. Mal rüberlegen. Oh man. Scheiße. Wär ja auch zu einfach gewesen. Ich vermute mal, die geht umdurch, deswegen. Leg ich die mal, glaube ich, auf das Berett. Hä? Okay, das will auch nicht. Vielleicht liegt die auch nicht optimal. Vielleicht liegt die auch nicht optimal. Scheiße. Der muss ja nur da dran gehen. Da kann ich nicht mehr. Wird das auch klappen? Ich komm da nicht dran. So weit weg. Ich komm nicht an. Ach, Mann. Die andere Seite natürlich. Man kann sich auch anstellen. Ja. Ja. Ganz easy. Ganz easy. Wie schnell laufen kann er damit auch nicht? Na ja. Ja. Ihr seid mit Spideschappen. Ach. Quatsch. So. Okay. Ich hoffe, das klappt jetzt wenigstens. Sonst haben wir hier wieder ein Problem. Oh, okay. Gut, Libby. Okay. Oh, Mann. Lass mich vorgehen. Du kommst mir danach. Okay. Ich freue dich. Oh, Mann. Das heißt nicht abstürzen, Mann. Komm, Ellie. Es geht sowas von schief. Das sieht doch jeder. Oh, Mann. Das habe ich doch nie gesehen. Oh, Mann. Komm her, Ellie. Oh, Mann. Ich hörst du. Die macht das nur den Hoppen, Mann. Da wäre eigentlich fast abgestürzt. Oh, Mann. Okay, na komm, spring. Und du fängst mich auch? Ich fang dich. Ja, eigentlich kann die weiterspringen, aber ich hab sie so viel. Oh Mann, brich bitte nach. Nichts wie runter von diesem Ding. Auf jeden. Pass auf, ey, Mann. Alter, hoffentlich lockert sich jetzt. Sonst sind wir voll am Arsch. Schön geil, wie zufälligerweise alles so liegt. Mir ist weg, nein, das war doch klar. Ellie, Ellie, los! Schau! Scheiße! Scheiße, los! Luft doch mal! Alter! Scheiße! Oh no! Nein! Ellie! Ellie! Geh doch auf, Mann! Au! Oh no! Gib mir die Hand! Gib mir die Hand! Boah! No! Scheiße, die kann doch nicht schwimmen. Oh, no. Wie hinterher. Scheiße, die sind. Beeilung. Oh, Mann. Beeilung. Scheiße, los. Überbelebung. Hallo? Komm, komm. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Hände hoch. Sie hat mich nicht. Nimm endlich die Hände hoch. Komm schon. Scheiße. Scheiße. Scheiße, wenn sie tot ist, Alter, geht's aufs Maul. Willkommen bei den Fireflies. Die Alte. Tut mir leid wegen, sie wusste nicht, wer du bist. Und Hallie? Es geht ihr gut. Sie ist auch hier. Es war so ein langer Weg. Wie habt ihr's geschafft? Sie war es. Sie wollte es unbedingt. Vielleicht ist es auch Schicksal. Ich habe auf dieser Reise viele Leute verloren. Ich habe fast alles verloren. Und dann taucht ihr hier auf und wir finden euch gerade noch rechtzeitig, um sie zu retten. Ja, vielleicht ist es Schicksal. Bring mich zu ihr. Du musst dir keine Sorgen mehr machen. Wir können uns... Schon gut. Ich will sie sehen, bitte. Das geht nicht. Sie wird gerade für eine Operation vorbereitet. Was denn für eine Operation? Die Ärzte sagen, dass der Cordyceps, der in ihr wächst, irgendwie mutiert ist. Deshalb ist sie immun. Wenn er entfernt wird, können sie daraus einen Impfstoff entwickeln. Einen Impfstoff. Aber er wächst auf dem Gehirn. Das stimmt. Scheiße. Such jemand anderes. Es gibt niemanden. Hör zu, du zeigst mir jetzt... Aufhören! Ich verstehe dich. Aber was immer du gerade durchzumachen glaubst, ist nichts gegen das, was ich fühle. Ich kenne sie seit der Geburt. Ich habe ihrer Mutter versprochen, für sie zu sorgen. Wie kannst du das hier zulassen? Weil es hier nicht um mich geht. Oder um sie. Es gibt hierbei keine andere Wahl. Ja, ja, red dir diesen Scheiß nur weiter ein? Los, bring ihn hier raus. Wenn er sich wehrt, erschieß ihn. Das ist unsere einzige Chance, Joel. Ich glaube nicht. Ich sagte, steh auf. Na dann. Los. Befick dich. Ich warte nur drauf. Wollan? Das ist der Huxer. Ich brauche ihn. Was soll der Scheiß? Geh weiter. Na los, geh weiter. Wo ist der Operationssaal? Na los, red schon. Wo? Wo? Oben. Den Gang runter. Alter, der Typ ist so knadenlos. Oh, Mist. Der Schmuggler, er ist hier drin. Okay, ich habe meine Waffe. 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 Der Schmuggler, er ist tot. EDIT ist tot, Mann. Bist du schwer oder mich? Wir finden und töten. Wir suchen den Rettabend. Ich gehe hier lang. Du, such den Flur ab. Oh, scheiße! Scheiße, Dreck! Ich suche hier. Du, los, such den Flur ab! Scheiße! Oh, scheiße! Oh, scheiße! Oh, scheiße! Oh, scheiße! Zum Glück haben wir so viel Munition gespart. Das sieht mich schon da. Was für einen anderen Weg, oh man. Das ist auf jeden Fall ein Hospital und bei dem Freakleis erst mal. Das ist auf jeden Fall ein Hospital und bei dem Freakleis erst mal. Das ist auf jeden Fall ein Hospital und bei dem Freakleis erst mal. Und ich werde ehrlich natürlich mich allein lassen. Da halten sind die zwei. Da, wir müssen bezahlen. Scheiße. Scheiße. Hier drin! Scheiße. Scheiße. Woah, woah! Okay. Du bist hier. Ja! 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 Ich bin. Ja! 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 Scheiße! Wie viele sind das? Du kannst dich doch nicht ewig verstecken! Scheiße! Ah! Nein! Alter! So ein Scheiß, Alter! Die Maschinen, die haben alle Scheiße! Mann! Der Schmuggler, er ist hier drin! Oh Mann, passt in vorne! Oh Mann, ich hatte ja auch... Oh Mann! 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 Ja, da drüben nachsehen bitte. Du wärst nicht so still. Das war schon für mich, hm? Mächter!